Natürlich kommt noch eine 3DS Strecke vorher. So als Abschluss. Ja warum denn auch nicht? Das ist eigentlich die Mario Kart 8 Variante, wenn man so will. In etwa nicht ganz die Mario Kart 8 Variante, das ist eher so eine Mischung aus Mario Kart 8 und Mario Kart 7. Und damit ist auch Runde 1 schon mal durch. Ja diese Unterwasserfahrer. Oh Gott. Klar ziemlich gedowngradet. Aber immer noch besser als dieser Mist in den Booster Streckenpass. Und da hat sich meine scheiß Kamera wieder vorgestellt. Keine Ahnung was das gerade war. Da hat sich einfach mal YOLO die Kamera umgestellt. Einfach mal so. Ohne dass sich eigentlich die Kamera besser setzt. Ohne dass ich den Rückspiel eigentlich aktiviert habe. Hatte nach hinten geschaut. Schön. Gut das sollen die Strecken für heute gewesen sein. Aber ihr seht ich hänge sehr hinterher was in meinem Cut wie Custom Drugs angeht. Wir haben noch viel vor uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau.